Ich bin die Jamila aus Deutschland und habe beschlossen, mir meine Zähne machen zu lassen. Da ich mehrere Angebote gemacht habe, auch in Deutschland natürlich, habe ich mich dazu entschieden, in die Türkei zu reisen. Und hier habe ich wundervolle Menschen kennengelernt, in der Zahnklinik, in der Tageszahnklinik. Und jetzt habe ich die Firma vergessen, Vecure, glaube ich, heißt das. Genau. Und die liebe Sarah und die Senem sind ganz liebe Menschen, die einen sehr gut, wie gesagt man in Deutschland, betutteln. Und einen sehr gut begleiten. Und ja, kann ich nur empfehlen. Seht es euch an. Wunderschön und ich bin sehr zufrieden, sehr happy. Und ich würde es, ich brauche es jetzt nicht mehr, aber ich würde es wieder tun. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja.